Seit 2011 untersucht die Universität Sankt Gallen jährlich die Präferenzen der Schweizerinnen und Schweizer in Energiefragen. Für das achte Kundenbarometer Erneuerbare Energien haben wir eine repräsentative Stichprobe von über 1000 Schweizerinnen und Schweizer in der Deutsch- und Französischsprachigen Schweiz erhoben. Der Parameter Client des Energies Renouwables der Universität St. Gallen ist ziemlich wichtig für uns, denn es ist eine der einzigen. Wir haben eine Studie über die Präférences und die Aufmerksamkeit der Konsumenten, die jedes Jahr sind. Unsere Studie hat gezeigt, dass nur 7% der Personen geantwortet wissen, dass 75% der Energiewende Suisse ist veröffentlicht. Und die große Mehrheit ist diese Dämpen. Die Mehrheit der Antworten hat ein großes Interesse für mehr Energie-Energität. Das ist beispielsweise durch ihre Wille zu investieren in Batterien, die ihnen ermöglichen, die die Energie produziert werden durch ihre Panneau-Solaire und also mehr Energie-Energität zu bekommen. Rund ein Drittel des Energieverbrauchs entfällt auf den Verkehr. Das ist ein Problem, vor allem in den Städten. Wir wollten wissen, was wären die positiven Auswirkungen von weniger Verkehr in den Städten. Unter den Top 3 Gründen kommt an erster Stelle eine Verbesserung der Luftqualität in den Städten. An zweiter Stelle weniger Lärm. Unter dritter Stelle der Wunsch nach mehr Verkehrssicherheit für Kinder. Energie-Energien und Energieeffizienz sind ganz wichtige Zukunftsthemen. Insbesondere für den Bereich Anliegen, aber auch für den Bereich Hypotheken. Und der Kundenbarometer gibt uns wichtige Informationen, aktuelle Informationen, was Herr und Frau Schweizer über das Thema denken und damit Inputs für die Produktentwicklung. Dieses Désir d'indépendanz ist auch der Interesse der Interesse zu investieren, in kommunistische Projekte, die ihnen zu investieren, in die Panneau-Solaireen, selbst wenn sie keine Toile oder Wohnungen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017